Der Fluch von Kanaan Kapitel 4 England Teil 1 Wenn du schon ein längerer Zuschauer meiner Beiträge bist, dann erinnerst du dich vielleicht an den Beitrag der sinistre Amentrick, zu wem man seine Gebete womöglich tatsächlich richtet, wenn man sie mit Armen abschließt. Ich führte eben jenes Armen zurück auf Amun, Amon, den Dämonen Mammon, Aton, der Sonnenkult und Echnaton, der Hybridbastard-Pharao. Der Aufschrei war damals groß. Leute sagten sich von mir los, ich wäre wahnsinnig und knallten dann noch ein dick und fett geschriebenes Amen unter ihren Kommend. Niemals wäre das mit der ägyptischen Vielgötterei verknüpft. Wie heißt der berühmteste Pharao? Es heißt ihm, lasste ein Fluch an und hier auf dem Bild ist er zu sehen im Sarkophag. Wie heißt er nochmal schnell? Tut-Ank-Amen oder Amun ist egal, weil es dasselbe ist. In der letzten Folge ging es um Platon. Hier siehst du eine Skulptur von ihm in der Akademie in Athen. Ich habe zwischenzeitlich gehört, er hätte sich erst nach seiner Ägyptenreise Platon genannt und dieses Pla wäre rückführbar auf Baal. Das scheint möglich, denn dieser Baal ist omnipräsent. Hier, Baal-Hamon, der phönizische Hauptgott, Gott der Kartaga. Ihre Hauptgöttin war Tanet und das ist Ashtoret. Und wenn nun das Pla im Platon auf Baal hinweist, habe ich mir gedacht, was ist dann mit Planet? War die Aufmerksamkeit auf den Wortbestandteil Plan zu lenken auch nur ein weiterer Trick oder Plan? Sollte man meinen, es heiße Planet, weil Plan eben bedeutet und die Erde deshalb auch flach sein könnte. Vielleicht geht es vielmehr um das Pla, wenn das Pla in Platon auf Baal zurückzuführen ist. Was Pla be noch? Entschuldigung, aber der musste sein. Pla, Net. Net wäre rückwärts Ten, Zehn. Kabbalisten rechnen mit Zehn Zahlen des Universums. Was ich für kompletten Humbug halte. Es gibt neun Zahlen und die Null. Die ist entweder nichts oder eine Potenz. Es gibt nicht die Zahlen von 1 bis 10. Das ist nur, um nicht die neun als höchste Zahl anerkennen zu müssen. Sie ist aber die höchste einstellige Zahl. Und aus einstelligen Zahlen werden alle anderen gebildet. Pla rückwärts ist Alp. Wie Alptraum oder der Nachtalp. Eine Schreckgestalt, ein Schreckdämon, Druckgeist. Aber denken wir weiter. Pla ist Baal. Und wenn Net nett ist, also Netz. Die genaue Definition eines Netzes ist, die geschaffene Situation, jemanden zu fangen oder jemanden gefangen zu halten. Wie das Spinnennetz. Wobei es heißt, die Archonten hätten arachnoide Züge. Oder wie das Fischernetz. Wobei der Papst den Fischerring trägt und auch als Menschenfischer bekannt ist. Planet. Baals Netz. Könnte es ein Synonym sein für einen Gefängnisplanet? Das Netz wäre wie ein Gitter, eine Matrix, in der er uns gefangen hält. Dir ist das alles zu abgefahren? Harald Lech empfängt dich mit offenen Greifwerkzeugen. Die Kanaaniter bzw. Phönizier benutzten ihre Befehlsmacht über einige Monopole, die Kontrolle über den Handel im gesamten mediterranen Raum auszudehnen. Nachdem sie ihre Basen entlang den mediterranen Küsten eingerichtet hatten, fanden sie heraus, dass das zentralste Hauptquartier für all ihre Operationen in der Adriatischen See lag. Hier gründeten sie die Stadt Venedig, in Klammern Phönizier, im Jahre 466 n. Chr. Wegen ihrem einzigartigen Standort und der Hingabe der Kanaaniter im Streben nach Geld und Macht wurde sie die Kommandozentrale über den Welthandel. Die Volkszählung im Jahre 1152 zeigte etwa 1300 Juden in Venedig. Sie zahlten etwa 5% Steuern auf ihre Geldverleihgeschäfte. Sie waren ebenso aktiv als Makler für Rohstoffe. Im Jahr 1366 erhielten sie das Recht, selbst auch in Venedig zu wohnen. Bis zu diesem Zeitpunkt war es ihnen verboten, in der Stadt zu wohnen und sie waren darauf beschränkt, im Umland zu leben, genannt Mestre. Sie berechneten handelsüblich 10-20% für Darlehen. Aufgrund Venedigs großer kommerzieller Möglichkeiten strömten sie aus allen Teilen der Welt herbei. Im Jahr 1492, nach ihrer Vertreibung aus Spanien, ließen sich viele Juden und Meranos in Venedig nieder. Die Kolonie wurde dann in drei Gruppen geteilt. In die Deutschen, bekannt als Tudishi, die Levantina von Levante und die Pontannini beziehungsweise Abendländer. Im Jahr 1797 öffnete die französische Okkupation die Tore vom Ghetto. Napoleon erlangte seine Macht und gründete sein italienisches Königreich zwischen 1805 und 1814, was ihm weitere Rechte einbrachte. Während der Revolution von 1848 berichtete Kastein in seiner Geschichte der Juden in Klammern History of the Jews, dass das revolutionäre Venedig von Daniel Manini und zwei anderen Juden regiert wurde. Die Venezier waren immer bekannt als Meister der Intrigen. Sie unterstützten die Türken in ihrer Eroberung von Konstantinopel im Jahre 1453, was die 1200 Jahre andauernde Regentschaft der byzantinischen Kaiser beendete. Die Türken waren schockiert über die Habgier der Venezier, die eine Menge des legendären Kunstschatzes der Stadt hinfortschafften, Gold und Juwelen. Nachdem sie mit ihrer Beute in ihre Heimat zurückkehrten, fuchten die Venezier sehr lebhaft die Kontrolle über den mediterranen Raum durch die Türken an und bekämpften sie ständig zwischen 1453 und 1718. Venedig ist nun zu einem Hauptquartier einer skrupellosen, sozial aufsteigenden Bande von Unternehmern geworden, die sich selbst Titel erkauften oder aus dünner Luft erschufen, sich prachtvolle Landsitze errichteten und die Kunstschätze Europas kontrollierten. Sie finanzierten ihren neuen Lebensstil mit enormen Summen, die sie aus Handel, Piraterie und Geldverleih erwirtschafteten. Seit dem Jahr 1171 wurde die Gruppe in ganz Europa bekannt als die Schwarze Nobilität, da sie aus kananitischen Wurzeln stammen, im Gegensatz zur hellhäutigen Nobilität des Volkes von Schem. Die Schwarze Nobilität infiltrierte allmählich die europäischen Adelsfamilien. Heute machen sie die meisten überlebenden europäischen Königshäuser aus. Wegen ihrer Skrupellosigkeit erlangten die Venezier eine weltweite Reputation als internationale Herren der Intrige, der Revolution, Vergiftung und anderer Formen von Attentaten. Sie verschworen sich oft zum Bankrott eines jeglichen Gegners und sie waren bekannt für grausame Vergewaltigungen der Töchter von denjenigen, die wagten, sich gegen sie zu stellen. Von Venedig aus verbreiteten sie sich schnell nordwärts wie eine neue Art von Seuche, errichteten Handelsgeschäfte und Bankniederlassungen in den Städten im Norden Italiens. Sie erkauften sich weitere Titel und verheirateten sich mit den verarmten Adelsfamilien aus alter Zeit. In Florenz war die de' Medici, die hervorstechende Familie, die ihren Reichtum nutzte, eine Akademie zu gründen, um der Welt den Humanismus unterzuschieben. Die de' Medici errichteten Florenz als das europäische Zentrum der Schwarzen Nobilität beziehungsweise der Welfen, wie man sie heute nennt. Die Schwarze Nobilität pflegte auch enge Beziehungen zu den Herrscherfamilien Englands über die Savoy und Este-Familien. Die Savoys beherrschten Italien zwischen 1146 und 1945. Die Este-Familie regierte Ferreira vom 12. Jahrhundert bis zur Vereinigung von Italien im Jahre 1860. Peter, der neue Graf von Savoy, heiratete seine Nichte Eleanor für König Henry III. von England und wurde dadurch sein Geheimrat. König Henry gewährte ihm große Ländereien und den Titel Graf von Richmond. Peter brachte auch weitere Mitglieder des Schwarzen Adels ein, um englische Adelsleute zu heiraten, einschließlich Richard de Bourgh und den Graf von Lincoln. Peters jüngerer Bruder, Boniface, wurde als Erzbischof von Canterbury berufen. Peter starb 1268. Die Gründer der europäischen Dynastien, die bis ins 20. Jahrhundert überdauerten, waren Rupert, Graf von Nassau, der 1124 starb und Christian, Graf von Oldenburg, der 1167 starb. Von Rupert kamen die Hessen-Darmstadt-Linie, die Hessen-Kassel-Linie, die Herzog von Luxemburg, die Battenborgs, der Prinz von Orange und Nassau und die Könige der Niederlande. Von Christian kamen die Könige von Dänemark und Norwegen, die Schleswig-Holstein-Linie und die Hannovers, die Könige von Großbritannien seit 1717 bis in die Gegenwart. Auch die Herzog der Normandie, die Angevines und die Plantagenettes kamen aus dem Schwarzen Adel, die Tudor und Stuart-Könige von England, die Sachsen-Koburgs und die Wittelsbachs. Die Hannover-Linie war immer umfassend in der Freimaurerei beteiligt. Die Hannoveraner wurden Könige von England im Jahr 1717. In diesem Jahr wurde die große Loge in England gegründet. Die Freimaurer-Gesellschaft ist 1376 in London gegründet worden und hatte 1472 einen Waffenstillstand mit König Henry dem Achten erwirkt. Sie wurde 1677 von König Karl in Klammern Charles amtlich eingetragen. Dies aber war eine Freimaurer-Zunft. Die Baumeister, die 1717 übernommen wurden durch spekulative Freimaurerei, die ihre Gruppen auch Mitgliedern anderer Berufe öffneten. In London erschien 1723 ein Gedicht Die Freimaurer ein hudiprastischer Vers so gereimt Wenn die Geschichte nicht ist eine uralte Fabel die Freimaurer kamen aus dem Turm zu Babel. Eine Tradition wurde erschaffen bei der man ein Mitglied der königlichen Familie beziehungsweise jemand mit engen Verbindungen zum Buckingham-Palast als einen Großmeister der englischen Logen bezeichnen könnte. Ab 1782 waren der Herzog von Cumberland der Prinz von Wales und der Herzog von Sussex Großmeister. Der Herzog von Sussex war König Georgs des Zweiten zweiter Sohn. Er ehelichte Luise die Tochter des Königs von Preußen. Er hatte später zwei Kinder mit seiner Geliebten. Sie trugen den Familiennamen der Äste. Königin Viktoria war immer stolz auf ihre Beziehung zum Haus der Äste, die als das Haus der Azoll begonnen hatten. Das Haus von Windsor ist heutzutage die weltweit führende Familie als regierende Monarchie. Sie repräsentieren den endgültigen Sieg der Gülfen-Fraktion in Klammern Welfen Haus Hannover beziehungsweise Schwarzer Adel die Krönung der Kanne Anita in ihrem Streben nachmachte. Ihr Aufstieg war kontinuierlich seit dem 13. Jahrhundert als sie ihre mächtigsten Gegner besiegt hatten die Teutonische Hohenstaufen-Dynastie die als die Gibelinis Fraktion bekannt waren. Sie hatten sich benannt nach einem der Hohenstaufen-Hochburgen Weiblingen Frederik I. Barbarossa als Haupt der Hohenstaufens hatte seine eigene Herrschaft in ganz Norditalien ausgedehnt wo er überrascht wurde von der unerwartet starken Herausforderung der Gülf-Fraktion. Den Kampf der vor mehr als einem Jahrhundert endete gewann die niedere Adelsfraktion der Gülfen aufgrund ihrer Stärke innerhalb der aufstrebenden Handelskaste den Gibelinis beziehungsweise der höheren Adlichkeit weitergeführt bis zu den Rittern zu Pferde die sich ihre Hände nicht mit Handelsgeschäften besudeln wollten. Die Gibelinis herrschten über die nördlichen Städte wie Siena Milano und Pisa während die Stärke der Gülfen in Florenz und Ferrara zentriert war. Otto IV. von den Gülfen trug seinen Kampf aus gegen Philipp von Schwaben einem Hohen Staufen aber die Hohen Staufen waren zahlenmäßig unterlegen zu der Kraft der Liga der Rheinischen Städte eine Handelsallianz die in der Lage war große Summen herbeizuschaffen um die Condottierie auszustatten. Doch zum Ende des 15. Jahrhunderts triumphierten die Gülfen. Alfonso I. von Este heiratete Lucrezia Borgia seine Schwester Marie von Modena heiratete James den Zweiten von England und brachte die Estelinie damit in die englische Herrscherfamilie. Die Gibelinis bevorzugten eine zentrale Herrschaft und Imperialmacht während sich die Gülfs für zentralisierte Macht und Menschenrechte einsetzte eine Losung die später ihre Parole wurde für ihr Streben nach Macht. Im 20. Jahrhundert waren die überlebenden Erben der Gülfen und Gibelinis in zwei Weltkriegen gegeneinander aufgestellt. Deutschland wurde eine Weltmacht durch ihre militärischen Instinkte und das Streben der preußischen Gibelinis. Im Jahr 1866 hatte Bismarck für sein Ziel der Vereinigung Deutschlands eine Reihe von deutschen Prinzen von ihren Ländereien enteignet. Der Herzog von Nassau und der Kurfürst von Hessen verzichteten formell auf ihre Ansprüche. Nur die Prinzen von Hannover, die die Erben des Thrones von Braunschweig waren, weigerten sich, ihre Besitztümer aufzugeben. Dekaden vorher betrachteten sie sich selbst als im Krieg mit Preußen. Tatsächlich aber fanden die zwei Weltkriege statt, unter anderem aufgrund der fortschreitenden Missgunst der herrschenden Familie von England gegen die Herrschaft von Deutschland. Es ist ein interessanter Punkt, dass die siegreichen Hannoveraner dafür sorgten, dass das besiegte Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in zwei kleine militärische Besatzungsländer aufgeteilt wurde, die letzte Rache der Sieger. Der Kalvinismus mit seinem starken Einfluß während des 16. Jahrhunderts in England konzentrierte sich auf die wachsende Macht, auf die Welthandelsflotte und die schwarze Nobilität, deren Hauptinteresse im Geld lag. Im Gegensatz zu früheren religiösen Institutionen, die einen großen Schwerpunkt auf Verknappung und Gelübde der Armut gelegt hatte, beanspruchten die neuen religiösen Lehren die Erhebung von Zinsen auf Darlehen und die Anhäufung von Werten, was der neue Weg war, das Werk des Herrn zu verrichten. Es war eine willkommene Offenbarung für die aufstrebende Händlerklasse, dass Gott wahrlich wollte, dass sie reich werden. Enrichise-vous in Klammern sinngemäß bereichere sie, wurde der neue Schlachtruf, der über ganz Europa schwappte, als die Kanaaniter große Handelsimperien gründeten. Der Verkünder dieser neuen göttlichen Offenbarung war ein Jean Coen von Neuant, Frankreich. Er wurde ausgebildet im Collège von Montagu, wo Loyola, Begründer der Jesuiten-Sekte, studiert hatte. Coen zog später nach Paris, wo er zwischen 1531 und 32 seine Studien über die Humanisten weiterführte. Während seines Aufenthaltes in Paris war er bekannt als Coen. Später zog er nach Genf, wo er seine Philosophie als Calvinismus formulierte. In Genf, zuerst bekannt als Coen, anglizierte er seinen Namen zu John Calvin. Diese religiöse Bewegung basierte auf eine wörtliche jüdische Interpretation der Zehn Gebote, der Philosophie des Alten Testaments und des Verbotes von Götzenbildern. Die frühen Disziplinen des Calvinismus waren bekannt als christliche Hebräer. Die Ankunft des Calvinismus machte die große Expansion der Juden möglich in weitere Wege des europäischen Handels neben dem Geldverleih. Für diese Verwirklichung honorierte die Enzyklopädie Calvin mit der Bemerkung Calvin segnete die Juden. Rückblickend kann Calvin gesehen werden als lediglich eine weitere kanaanitische Strömung, die periodisch über Europa schwappen, die revolutionäre Verschwörungen kreieren, die dann in andere Länder exportiert werden. Es ist kein Zufall, dass durch das Erscheinen von Calvin die Schweiz zu einem Bankenzentrum der Welt wurde, beziehungsweise dass die schrittweisen revolutionären Umstürze in der Schweiz ausgebrütet und durch sie finanziert wurden. Gerade Lenin fand einen Hafen in der Schweiz während seiner mühseligen Jahre der Arbeit an Methoden, die ihm ermöglichen sollten, Russland der Romanov-Familie zu entreißen, die über die Nation seit 1000 Jahren herrschte. Der Willkommensaufruf des Calvinismus, mehr Geld anzuhäufen, war von vornherein ausgeglichen durch die Tatsache, dass es eingeführt wurde als ein brutales, tyrannisches System, das auf einer Grundlage des orientalischen Despotismus basierte, entgegen der Aufdeckung seines kanaanitischen Ursprungs. Das Volk von Shem glaubte nie an die Ermächtigung von irgendwem, um irgendwas zu tun. Dies ist die Basis ihres Rechts. Sie glauben, dass es eine Sache des natürlichen Instinkts ist, dass Menschen immer das Richtige tun wollen. Die Kanaanita andererseits im immerwährenden Bewusstsein des Fluches auf ihren Menschen und Gottes Anweisungen an die Kinder von Israel, jene zu töten, begreifen, dass ihr Überleben abhängt vom Umsetzen brutalster Maßnahmen. Der Calvinismus blieb dem treu. Im November 1541 gab Calvin seine kirchlichen Verordnungen heraus, ein Werk von Anweisungen, das allen Bürgern absolute Disziplin auferlegte. Calvins Verordnungen verhängten die Todesstrafe gegen jeden Gegner. Sein Hauptkritiker Jacques Crouet wurde wegen Plasphemie enthauptet. Ein weiterer Gegner, Michael Servetus, wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Andere Kritiker wurden gefoltert und enthauptet. Calvin befürwortete die Hexenverbrennung und die rücksichtslose Durchsetzung seiner Verordnungen, was den tyrannischsten und automatischsten Gottesstaat in Europa erschuf. Die Einführung des Calvinismus in England war ausgerichtet einen Keil zwischen Kirche und Staat zu treiben. Die traditionelle Kirche in England hatte als ihr Titel Oberhaupt den König. Die spaltende Propaganda des Calvinismus führte zum Triumph von Cromwell und der Verdrängung der Könige der Steward-Linie durch das Haus von Orange Nassau. Der erste Beweis für diese Säuberung war König Charles I., der durch seine Verschwörer enthauptet wurde. Die Einzelheiten dieses Komplotts wurden Jahrhunderte später veröffentlicht in der Publikation von Lord Alfred Douglas Plain English im September 1921. L.D. Van Walkert kam in den Besitz der vermissten Bände der Aufzeichnungen der Synagoge von Mülheim, vermisst seit dem Napoleonischen Krieg, die in Deutsch verfasst waren. Diese Aufzeichnungen haben den Eintrag 6. Juni 1647 von O.C. an Ebenezer Pratt als Gegenleistung für die Finanzhilfe wird die Aufnahme der Juden in England fürgesprochen, was jedoch in Charles' Lebenszeit unmöglich war. Charles kann nicht ohne Prozess hingerichtet werden. Ausreichende Gründe dafür existieren derzeit nicht. Daher rate ich dazu, Charles zu ermorden, will aber nichts mit der Beschaffung des Attentäters zu tun haben, bin aber bereit bei seiner Flucht zu helfen. Die Antwort kam von Pratt am 12. Juli 1647 werde finanzielle Hilfe gewähren, sobald Charles beseitigt ist und die Juden zugelassen. Ermordung ist zu gefährlich. Charles sollte eine Möglichkeit zur Flucht erhalten. Seine Wiederergreifung könnte dann einen Prozess und die Hinrichtung ermöglichen. Die Unterstützung wird großzügig sein, doch nutzlos die Bedingungen zu besprechen vor Prozessbeginn. Lord Alfred Douglas wurde daraufhin inhaftiert wegen einer Beleidigung von Winston Churchill in seiner Zeitung, eine Heldentat, die die vernünftigsten Menschen wohl für unmöglich halten würden. Der Anschlag erfolgte wie von Pratt beschrieben am 12. November 1647 gelang König Charles die Flucht. Er wurde wieder eingefangen und erhielt seinen nachfolgenden Prozess. Das Haus tagte die ganze Nacht am 5. Dezember 1648 letztendlich darin übereinstimmend, dass Charles seinen Vergleich aushandeln könnte zu Bedingungen, die sie vorgaben. Dies resultierte in der berühmten Säuberung von Pride, in Klammern Prides Perch. Cromwell wütend darüber, dass das Haus nicht auf die Verurteilung zur Hinrichtung eingegangen war, entließ alle die Mitglieder, die ein Abkommen mit Charles favorisierten. Die verbliebenen 50 Mitglieder wurden bekannt als das Rumpf Parlament. Sie eroberten sich absolute Macht. Sie riefen danach am 9. Januar 1649 einen obersten Gerichtshof aus. Er setzte sich aus Lavellern aus Cromwells Armee zusammen. Manasseh Ben Israels Agent in England Isaac Dorislaus entwarf die Anklageschrift gegen König Charles. Manasseh Ben Israel, der die Mittel von Amsterdam für Cromwells Revolution weitergeleitet hatte, wurde in der Enzyklopädie Judaica als Cromwells englischer Geheimdienstler betitelt. Am 30. Januar 1657 wurde König Charles in Whitehall enthauptet. Cromwell lebte nicht lange genug, um seinen Triumph zu feiern. Er starb 1661, was König Charles dem Zweiten ermöglichte, den Thron zu besteigen. Viele von Cromwells treuesten Revolutionären flohen in die amerikanischen Kolonien, wo sie seitdem einen bösartigen Einfluss praktizieren. Die Cromweller wurden die führende Inspiration für die Abolitionistenbewegung, die den Bürgerkrieg herbeiführte. Sie waren die Hinter-der- Bühne-Figuren in vielen anderen Katastrophen in den Vereinigten Staaten. Weil nun Charles II. auf dem Thron von England saß, leiteten die Amsterdamer Bankiers im Jahr 1674 eine große Finanzdepression in England ein. Die Unruhen aus dieser Entwicklung heraus pflasterten den Weg für das Haus von Nassau, den Thron von England an sich zu reißen. England handelte im Jahre 1677 einen Frieden mit seinem Feind Holland aus. Als ein Teil dieses Handels heiratete William von Orange Mary die Tochter des Herzogs von York. Der König James II. wurde als Charles II. 1685 starb. James war nun das einzige Hindernis, den Thron von England zu übernehmen. Die Amsterdamer Bankiers starteten nun eine frenetische Kampagne, die führenden aristokratischen Verfechter von König James II. zu bestechen. Als erster unterlag der Herzog von Marlborough, John Churchill, Vorfahr von Winston Churchill. Als Oberhaupt der Armee war Marlboroughs Unterstützung wesentlich. Er nahm Bestechungen von etwa 350.000 Pfund von Medina und Machado an. Der nächste war Lord Shrewbury in Klammern Charles Talbot, der als hoher Angestellter während der Herrschaft von Charles II. und von James II. beschäftigt war. Als sie bemerkten, dass die Strömung sich gewendet hatte, liefen solche Bekanntheiten wie Sidney Godolphin, der Herzog von Sunderland und die Herzogin von Portsmouth heimlich zu denen über, die die Thronbesteigung von William von Orange favorisierten. Zwischenzeitlich schien James II. nichtsahnend über den Verrat zu sein, der um ihn herum erschallte. Marlborough unterzeichnete am 10. November 1688 sogar einen erneuten Eid der Treue für James. Am 24. November trat er der Gruppe um William von Orange bei. Mitsegelnder in der Invasionsarmee von William war Lord Polworth. dessen Nachfahre der heutige Lord Polworth ein Prominenter im Bankwesen und der Industrie in Amerika und England ist. Hans Bentink, ein Holländer, der William während seiner Pockenerkrankung gepflegt hatte, benannte seinen Sohn William nach dem König. Der Graf von Devonshire stand in geheimer Korrespondenz mit William in Haag. Devonshire war einverstanden damit, die gesamten Mittlandgebiete an William zu übertragen, nachdem er ein historisches Papier unterzeichnet hatte, das ihn einlud, den Thron von England einzunehmen. In den 1930ern war sein Nachfrage, der Herzog von Devonshire vorübergehend für J.P. Morgan in New York tätig. Morgan nannte ihn oft Lord Nutzlos. Der Erbe der Devonshire Ländereien heiratete Kathleen Kennedy, Tochter von Joseph P. Kennedy. Er wurde während des Krieges getötet. Die Devonshires sahen sich nun der ärgerlichen Aussicht zum Anspruch Kennedys auf deren Besitztümer gegenüberstehen. Das Problem wurde gelöst durch einen Flugzeug Absturz, bei dem Kathleen Kennedy getötet wurde, als sie zu einem Champagner Rendezvous zu ihrem Geliebten flog. Nun war William III., genannt Bentink, der erste Graf von Portland, König von England. Der zweite Herzog heiratete in das Cavendish-Vermögen hinein. Der dritte Herzog wurde Generalgouverneur von Indien und schrieb Geschichte, als er 1829 die Praxis der Witwenverbrennung abschaffte. Diejenigen, die Williams Invasion unterstützten, wurden reichlich belohnt. Sie wurden die reichsten Familien in England seither. Wo wir gerade bei dem Thema reich sind, möchte ich dir das hier zeigen. Ein Diamant, also reiner Kohlenstoff. das Element, aus dem jegliches Leben, das wir kennen, besteht. In einer bestimmten Art und Weise angeordnet bilden diese Atome dann den Diamant. Es gibt die Masseneinheit Karat zur Gewichtsbestimmung von Diamanten. Es heißt, das Wort Karat wäre abgeleitet von Karato, was so viel wie Johannisbrot Samen bedeutet. Also ein Karat hat das Gewicht von einem Johannisbrot Samen. Ich habe dasselbe auch schon von Granat Äpfeln gehört, was auch zu Karat passen würde. Ein Karat sind 0,2 Gramm. Es braucht also einen Diamanten von 5 Karat, dass er auch nur ein einziges Gramm wiegt. Der Durchschnittspreis für einen 1 Karat Diamanten liegt bei 4 bis 6 Tausend Euro. Die allerbesten Qualitäten können je nach Beschaffenheit und Gesamtqualität über 16 Tausend Euro kosten. Der Durchschnittspreis für 5 Karat was einem Gramm Diamant entspricht beläuft sich also auf 20 bis 30 Tausend Euro wenn man das so hoch rechnet. Den Rohdiamant den du hier im Bild die ganze Zeit schon siehst ist auch bekannt als der Stern von Afrika der größte jemals gefundene Rohdiamant in Edelstein Qualität mit einem Gewicht von 3106,75 Karat erwog 621,35 Gramm Es kann nur der Maximierung von Gewinn und Habgier zuzusprechen sein dass man so etwas dann zerteilt in neun große und einige hundert kleinere Diamanten hier siehst du die neun größten davon und hier siehst du die Krone von Queen Marm und direkt mittig unterhalb des ich denke es ist ein Spinell siehst du diesen großen Diamant es ist der zweitgrößte von den eben gezeigten neun die man aus diesem kallenen Rohdiamant gewonnen hat der allergrößte ist im Zepter verbaut der hier ist circa 45 Millionen Euro wert also nur dieser eine Diamant interessant auch die Fleur de Lis die rings um die Krone verteilt sind und mit Rubinen in der Mitte verziert wurden als oberer Abschluss ein Saphir und der Samtstoff in dem Purple Dye der Phönizier also der violetten Farbe mit der sie so viel Reichtum anhäufen konnten spricht für sich die erste Tagesordnung war 1694 die Bank von England zu gründen eine Mission bei der sich William bei den Amsterdamer Bankiers rückversichert hatte dies führte die Cana Anita in eine echte Weltmacht Williams Aufstieg platzierte den Thron von England förmlich in die Linie der schwarzen Nobilität wo sie seitdem verblieben ist Lord Shrewsbury wurde einer der ersten Aktionäre in der Bank von England durch eine Investition von 10.000 Pfund er prophezeite enthusiastisch dass die Bank von England nicht nur Finanzgeschäfte betreibt sie würde ebenso die Lasten des Krieges tragen eine Vorhersage deren Wahrheit zu prüfen wäre da keine revolutionäre Aktion irgendwelche Finanzen erhalten könnte nachdem die Bank von England die Kontrolle über die Geldmittel England erlangt hatte fand nie wieder ein Zivilkrieg oder eine Revolution in England statt Die Cavendish Benting Linie wie auch andere die William unterstützten war immer erfolgreich Der aktuelle Herzog heiratete eine Mrs. Quigley aus Kentucky und ist ein Direktor einer Rothschild Firma Rio Tinto Während des Zweiten Weltkrieges war er Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff in Klammern Geheimdienst in Klammern Vereinter Generalsstab Die schottischen Lords waren loyal zu James dem Zweiten Der Erste der seine Knie zu William beugte war ein Patrick Lyon Er wurde Herzog von Strathmore Die Tochter des 14. Herzog Elizabeth Bowes Lyon ist heute die Queen Mom von England William der Dritte hatte bald eine wunderschöne Geliebte Elizabeth Villiers Er hatte auch lange Zeit eine Liebesaffäre mit einem hübschen jungen Adelsmann Arnold van Keppel den er zum Herzog von Olbermal machte Als William der Dritte starb wurden nach seinem speziellen Willen zwei Personen betitelt Der Herzog von Portland und der Herzog von Olbermal Beide erhielten Hinterlassenschaften aus Land und Juwelen Die Canna Anita stellten sicher jene gut zu belohnen die ihnen wohl gesonnen waren Typisch dafür war die Karriere von John Buchan der Susan Crosswinner heiratete Die Crosswinners in Klammern Herzog von Westminster waren die reichste Familie in England besaßen etwa 600 Hektar der besten Londoner Grundstücke Nach drei Jahren war Buchan privater Sekretär von Lord Alfred Milner während Milners Förderung des Burenkrieges Milner stiftete auch runde Tische in Klammern aktuell den Council on Foreign Relations Buchan wurde ein weit bekannter Romanautor und trug den Namen Generalgouverneur von Kanada Er erhielt den Titel Lord Twizmoor In seiner Autobiografie Weg des Pilgers erwähnt Buchan übrigens die verschleierten Propheten die hinter der Bühne in einer Krise agieren Er gab keine weitere Identifikation preis Er schrieb weiter Ich träumte von einer weltweiten Bruderschaft mit dem Hintergrund einer allgemeinen Rasse und Überzeugung sich der Sache des Friedens zu widmen In dieser scheinbar unverfänglichen Fantasie zitierte er wirklich seine Hingabe zu der weltweiten Kanada Anita Verschwörung mit seinem Pseudoprogramm Die Rechte des Menschen Weltbruderschaft und Weltfrieden das heißt in Wirklichkeit eine Bildfläche für eine universelle Tyrannei auferlegt durch die Kanaanitischen Despoten Die Bank Die Bank von England wurde gegründet als das Ergebnis aus Königsmord und internationaler Verschwörung mit erfolgreicher Übernahme des Throns von England Trotzdem schrieb Buch Hahn in seiner Autobiografie Ich hatte lange die Ansicht Lord Roseburys von ihm in Klammern Oliver Cromwell geteilt er sei der größte Engländer Lord Rosebury wurde der erste der englischen Aristokraten die in die Rothschild Familie einheirateten Es wurde erwartet dass er die Erinnerung an Englands einzigen Königsmord ehrt Die Rothschilds nutzten das europäische Netzwerk der Illuminati als ihr Übertragungsband für schnelle Übernahmen der kontinentalen Finanzstruktur Sie verwendeten eine Reihe von Kriegslisten von denen einige durch Guy de Rothschild in seinem Buch Whims of Fortune in Klammern Launen des Glücks enthüllt wurden Die Korrespondenz der Rothschilds wurde immer in Hebräisch geschrieben Sie wurde nie unterzeichnet so dass niemand behaupten konnte eine der Signaturen von einem der fünf Brüder wäre eine Fälschung Er berichtete erst nach dem Ersten Weltkrieg benötigte die französische Regierung geliehene Dollars Sie kontaktierten das Haus von Morgen der bevorzugt mit den Rothschilds verhandelte als mit einer Regierung Dies war ein Stückchen Schadenfreude in dem Teil von Rothschild Er wusste dass das berühmte Haus der Morgans nichts weiter war als ein Anhängsel des Rothschild Netzwerkes Es war instruiert mit dem Haus der Rothschilds zu handeln Er schrieb weiter Meine Familie war immer einer der großen Aktienhalter des britischen Rio Tinto Traditionell war die Hälfte des Kapitals französisch Ein Kennzeichen das die Rothschilds auf dieser Welt hinterlassen haben war das traditionelle rote Schild der Heilsarmee Im 19. Jahrhundert begann Baron Rothschild beträchtliche Summen an General Booth in London zu spenden immer durch einen verdeckten Repräsentanten Eines Tages kam er herein und verkündete dass er der mysteriöse Wohltäter sei Er gab bekannt dass er seine Spenden weiterführen wird unter einer Bedingung Die Heilsarmee könnte mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen wenn sie ein unverwechselbares Logo annehmen würden Was schlagen sie vor fragte General Booth Ich denke ein rotes Schild wäre sinnvoll oder sagte Baron Rothschild Die Heilsarmee trägt dieses Schild auf der ganzen Welt Einer der Hauptagenturen des Kanaanita Netzwerkes ist der Rhodes Trust der junge Männer seit fast einem Jahrhundert ausgebildet hat in den Prinzipien des Kanaanita Programms für die Weltmacht Cecil Rhodes war der Vertreter der Rothschilds als er deren Kontrolle über die enormen Diamanten und Goldreserven von Südafrika sicherstellte Sie haben noch immer Kontrolle darüber über De Beers in Klammern Diamanten und ein anglo-amerikanisches Unternehmen Gold Rhodes hatte selbst beträchtliche Besitztümer Als er starb tauchte Lord Nathan Rothschild 1891 als sein alleiniger Treuhänder auf Diese Kontrolle wurde später erweitert durch weitere neue Mitglieder des Rates der Auserwählten R.H. Brand von Lassar Frère Sir Alfred Bate weitere der Randmillionäre der Graf von Roseberry und Sir Alfred Milner Diese Gruppe stellten nicht nur den Rhodes Trust dar sie finanzierten später die königlichen Institute für internationale Angelegenheiten und seine amerikanische Tochtergesellschaft das Council on Foreign Relations Nach der Erlangung der Kontrolle über England kehrten die Kana Anita wieder zu ihren traditionellen Praktiken als Dämonen Anbeter zurück England war bald voll von Kulten die Hexenkraft darstellen schwarze Messen und Blutrituale Der Graf von Pembroke war ein früher Unterstützer von William von Orange und Gründungsunterzeichner für die Bank von England Die Gräfin von Pembroke wurde zu einer Führerin der neuen Mysterien Bräuche mit ihrem Bruder Sir Philip Sidney der den Mystizismus in die englische Literatur einführte mit der Publikation seiner Feenkönigin die er seiner Schwester gewidmet hatte Humphrey der Herzog von Glockester spielte ebenfalls eine wichtige Rolle in den geheimen Bräuchen er stammte vom schwarzen Adel ab von den beiden Bastardsöhnen vom Herzog der Normandie Richard dem Furchtlosen Die Glaukester folgten William dem Eroberer nach England Mystizismus wurde zu einem dominanten Thema in der englischen Literatur dieser Periode Sir Philip Sidney war stark beeinflusst von Hubert Langet ein französischer Intellektueller der öffentlich die Rechte des Menschen unterstützte die heute als die Befreiungslehre bekannt ist er sprach oft über das Recht des Volkes auf bewaffnete Aufstände und die Legitimität des Widerstandes Sir Philips Vater Sir Henry war ein Schützling der mächtigen Cecil Familie er wurde später zum Präsidenten von Irland benannt die Werke von Shakespeare beinhalten viele mystische Einflüsse Rebellen von Prospero und so weiter Einer von Englands größten Dramatikern dessen Werk größtenteils ignoriert wurde ist Christopher Mario Er schrieb drei große Theaterstücke Alle waren der Aufdeckung des Mysterien Kultes gewidmet Tamburian Der Jude von Malta und Dr. Faustus Nachdem er Dr. Faustus fertiggestellt hatte starb er irgendwie auf mysteriöse Weise er wurde in einem Streit erstochen Zum Juden von Malta meint man dass es die Karriere von Dr. Frederico Lopez dramatisiere ein ehemaliger Mediziner des Grafen von Leicester Im Jahr 1593 wurde Lopez angeklagt wegen eines Giftanschlags auf Königin Elisabeth Er wurde 1594 hingerichtet durch den Strick Einige Gelehrte behaupten dass Königin Elisabeth sich heimlich mit dem Grafen von Leicester Robert Dudley vermählt hatte und dass daraus zwei Söhne hervorgingen Sir Francis Bacon der von Sir Nicholas Bacon adoptiert wurde und Robert Graf von Essex López López könnte bei diesen Geburten assistiert haben Sein Schweigen könnte die Erbschaft des Throns geschützt haben Andere behaupten dass Bacon in Wirklichkeit diejenige Person war die die Theaterstücke erschaffen hatte die William Shakespeare zugeschrieben wurden Sir Francis Bacon führte die neue Philosophie in England ein Sie basierte auf der Einweihungstheorie und der Pyramide des Wissens von denen beide mystische Konzepte waren Sie waren Prinzipien gemäß dem Humanismus in einer wissenschaftlicheren und plausibleren Form Zwischen 1325 und 1350 starben die mittelalterlichen Gilden durch Regierungserlass aus wegen der Furcht der Aristokraten über höhere Lohnforderungen Bacon begann mit der heimlichen Wiederbelebung dieser Gilden zuerst durch die Rosenkreuzer Bewegung beziehungsweise die Ritter vom Rosenkreuz offen gezeigt durch ein rosiges Kreuz der Stamm war das Symbol des Lebens das Kreuz trug das Symbol des Todes das Symbol der Rose so deutete man ist das erste von allem das Gedärme in allen Dingen und zweitens die Blüte der Italien dieser Kult war in Böhmen bekannt noch vor 1615 wo der Alchemist Dr. D. seine Anhänger organisierte Francis Jates bedeutendes Werk die okkulte Philosophie im Zeitalter Elisabeths zelebriert einiges von Bacons Werk Rosenkreuzer Manifest nach Jates stellte fest dass Marlows Stücke mit ihrer gnadenlosen Untersuchung der Kraft hinter dem Mystizismus absichtlich überschattet worden sind durch die mystischeren Werke von Shakespeare Der Jude von Malta berührte einige der sensibelsten Geheimnisse von Gerichtsverfahren im elisabethanischen Zeitalter Tamboran ist ein Stück das einen saturnischen Tyrann dessen Farbe schwarz war in Klammern Kanaanita und eine schwere Drohung gegen diktatorische Macht beschreibt es könnte sein größtes Werk gewesen sein aber es wurde zugunsten von Doktor Faustus beiseite geschoben dieses Stück porträtierte offen den Prozess durch den die Dämonen anbetenden Kanaanita die Vertreter Satans sich selbst dem Teufel versprechen als Gegenleistung für erdlichen Reichtum und Macht Marlows Stück trägt in sich die Beschwörungen und Gesänge magische Formeln und zeigt Doktor Faustus Studien die sich mit den Planeten und den des Zodiak schmücken andererseits zeigt Shakespeare dass er schwer beeinflusst von den kabbalistischen Werken wie Georgus Deharmonia Mundi in Klammern die harmonische Welt war sein Kaufmann von Venedig obwohl oft gebrannt magt für seinen Antisemitismus ist tatsächlich ein machtvoller Appell für Rassentoleranz in aktuelleren Werken haben sich englische Gelehrte viel abverlangt zu verleugnen dass Sir Francis Bacon je eine Verbindung zur Rosenkreuzer Bewegung hatte oder zu den Freimaurern da dies verborgene Organisationen waren schien es zweifelhaft dass diese Gelehrten in ihren Verleugnungen so zuversichtlich sein konnten Bacon dem man den Titel Viscount von St. Allens gab wurde der Justizminister von England später wurde er aus seinen Ämtern entfernt durch Intrigen unter der Führung von Lord Buckingham die königliche Gesellschaft Londons wurde gegründet 44 Jahre nach Bacons Tod im Jahr 1660 Der Bischof von Rockester und die anderen Gründer würdigten offiziell Bacons Werk als die Basis ihrer Gesellschaft Das Oxford English Dictionary offerierte einige Bemerkungen zu den Kabbalisten innerhalb dieser Periode Scott Scott Monash Ich musste die Existenz von Kabbalisten und Rosenkreuzern anzweifeln glaubte der Unterprior 1900 Rosenkreuz Gewöhnlich geht geht man davon aus dass es eine nahe Verbindung gibt zwischen Alchemisten und den Rosenkreuzern Monatlicher Mack 8 797 Die Jünger haben in Kirchen ein esoterisches Wissen beziehungsweise Aufklärungsanweisungen gebildet anstelle von Versammlungen Dieses Zitat ist wichtig weil es zeigt dass die Illuminati die etablierten Kirchen durchdrungen Monaten